Kreative Ideen sind im Messebau gefragt. Spannplatten und Fotoboden lassen sich zu tollen Lösungen kombinieren. Passt genau vorgefertigt und verklebt entsteht ein wiederverwendbares Modulsystem. Spannplatten und Fotoboden. Mit Natt und Feder lassen sich die Module schnell und passgenau verlegen. Fotoboden wird dabei mit ihrem Wunschmotiv bedruckt. Ob Wasseroptik, Grafiken oder Fotos, sie gestalten ihren Boden. Schon aus der Entfernung fällt der individuelle Stand auf. Ein Boden für unterschiedliche Standgrößen und Formate. Und das Beste? Fotoboden ist zu 100% recycelbar. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.